Willkommen zurück zu Let's Play Doom 2 und ich bin immer noch vollkommen unvorbereitet wieder in diese Episode hier gekommen und hab keinen Plan, wo ich hin muss. Vermutlich muss ich irgendeinen Weg finden... Oh, Moment. Einen Weg finden, zu dieser verdammten blauen Schädel-Geschichte hinzukommen. Tür, Tür, hallo? Und... Denn es muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Irgendwas hab ich übersehen. So, mal sehen. Genau, wir waren ja hier über diesen Teleport. Was war das? Von wo kam dieser Feuerball? Was öffnet der Schalter? Hallo? Gehen wir einfach mal hier rein. Ja, und am schlechtmöglichsten Zeitpunkt ist meine Maus hier mal übelst am Abschmieren. Knick, knack, what the fuck. Komm raus, komm raus, komm raus. Verdammt. Ja, es könnte noch funktionieren. Es hält noch. Ich hab jetzt gerade keine Batterien zur Hand, deswegen ist das ein klein wenig problematisch. Hm, 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 hm. So, noch... also noch bewegt es sich. Noch ist es nicht... Also noch hat es jetzt hier ein leichtes Bewegungsmuster. Ja, das war ein super Schritt. Hallöchen. Oh, 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 oh. Moment. Ich will doch endlich mit diesem blauen Schälen. Verdammte. Scheiß Pinkies. Goddammit. Okay, wir sind wieder in der Ausgangsposition, wie jetzt auch schon die letzten anderthalb Episoden. Hm, 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 hm. Und wissentlich wohin ich muss, gehe ich hier hoch wie ein fucking Champion. So. Ja, komm, runter da. Ich weiß, das ist die offensichtlichste Fall überhaupt, als wenn da irgendjemand reinrennt. Fährt zum Treffel. Aha, hab ich dich. Schluss hier. Ich glaube, er hackt. So, Moment. Der war es nicht. Vielleicht gibt es hier auch eine Secret Door. Oh, das sieht nicht so aus. Moment, also. What the fuck? Moment, bin ich richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube, ich bin richtig. Oh ja. Lass mich richtig sein. Lass mich richtig sein. Der Pinkies fahrt zur Hölle. Nein, hau ab. Verschwinde, du Schwein. Nee, nee, nee. Da gehe ich dieses Mann nicht runter. Der blaue Skull. Ich. Also, ich würde gerne allen danken. What the fuck? Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich wollte allen danken, die das möglich gemacht haben. Aber dieses komische Pinky-Dämon-Vieh hat das leider nicht wirklich möglich gemacht. Yes, 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 yes. Ich habe den Blue Key und ihr nicht. Jetzt muss ich nur noch mal kurz überlegen, wo diese Tür ist, wo ich das Teil brauche. Moment, war das nicht da irgendwo? Oh, diese Level-Designs. Zwischendurch kann man daran echt verzweifeln. Man findet gar nichts. Außer Fackeln im Wasser. Fackeln. Entweder ist das Erden-Technologie oder Alien-Technologie. In beiden Fällen ist es sinnlos. In beiden Fällen ist es scheiß. Dreck. Misti. Full. Crap. Verdammt, wo muss ich nochmal lang? Mehr, schneller Speed. Bunnyhoppen geht nicht. Jumpen war ja noch nicht drin. Ah, ich glaube, hier war das. Vielleicht brauche ich gar nicht den dritten. F-Nöbler. Haha. Endlich geschafft. Fast alle Gegner getötet. Fast alle Spreels gefunden und Items. Entring. Gotcha. Ich muss mich verarschen. Gebt der mir noch einen Shotgun-Schuss? Ob ich glaube, das nicht. What the fuck? Au. Okay, wir müssen hier eine Sache mal direkt sicherstellen. Nämlich safen. Ach, du Scheiß. Ach, du Scheiß-Dreck. Okay, Nummer 1 ist da. Nummer 1 ist da. Nummer 2 geht auch drauf. Wer ist der Masterkiller? Wer ist der fucking Champion? Ich habe 8% her, und ich habe alle fertig gemacht. Ich habe sie alle fertig gemacht. Yeah. Man hat dieses überwältigende Gefühl des Triumphs. Du gehst mir auf den Sack, Junge. Wenn ich wegen dir sterbe. Weiß doch ins Gras, Mann. Health Packs, please. Plasma. Wer noch? 63 Plasma. Kaum Shotgun-Munition. Hauptsächlich Minigun. Aber damit kann ich noch arbeiten. So ist es nicht. So, der eine sieht aus wie ein totes Steak. Du versaust mir nicht die Tor. Genauso wenig wie du. Ah, ganz schnell mir die Packs. Treppen. Voll runter, genau. Weiß ins Gras. So, geht doch. Auch erledigt. Die Minigun ist gegen die ja ganz schön effektiv. Das Miserable daran ist einfach nur, dass ich hier eigentlich so gesehen gar keine Rüstung brauche. Ich brauche Health Packs, Health Packs. Okay, wir wissen Bescheid. Uns erwartet der Cyber-Dämon und der... weiß ich nicht das. Hä? Willst du mich verarschen? Kleine Fisch-Bengelow. Zu feiner. Au, 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 au. Au, au, au. Autsch, da habe ich nicht aufgepasst. Hey, Moment, ich kann dafür sorgen, dass die gegeneinander kämpfen. Das wäre der Kostnett, dass wir lassen die gegeneinander kämpfen und dann, dann entscheiden wir immer noch, wer hier der Beste ist. Na, komm. Komm. Komm runter. Osa. Genau. Scheiße, 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 Der epische Fight geht weiter Der Gewinner kriegt ein big fucking Gunfeuer Na komm Der geht zu Boden Und hoppala So einfach gewinnt man Awesome Ich hab sie alle fertig gemacht Ich hab sie ausgetrickst und gegeneinander kämpfen lassen Mann bin ich gut Ihr gönnt mich mal Alle zusammen Hm Hm No 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 Plasmafeuer Am Morgen und am Mittag Dämonen haben bei mir keinerlei Besuchsrechte Gut Hier standen MediPacks die ganze Zeit Ich hätte die ganze Zeit MediPacks nutzen können Also gut Oh 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 ich hab mich ja ganz vergessen Hm Ach du Scheiße Ach du Scheiße Heute ist nicht mein Tag Ähm An der Stelle werde ich dieses Video erst einmal beenden Ich danke vielmals fürs Zuschauen Hoffe natürlich dass es euch gefallen hat Ich würde mich natürlich sehr gerne über Feedback freuen Ansonsten Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal